Die Übung Das Tordurchschreiten ist eine Bewegungssequenz, die man als reine Körperübung ausführen kann, zu der man aber auch auf unterschiedliche Art tönen und singen kann. Ich stelle im ersten Teil die Übung in ihrem Ablauf vor und verbinde sie dann im zweiten Durchgang mit dem Singen. Die Bewegungsqualität dieser Sequenz ist fließend, ohne Eile und ohne Unterbrechung. Die Wahrnehmung konzentriert sich auf die Berührung und die Bewegung. Ich registriere, mein Körper atmet, mein Körper hat Gewicht. Der rechte Arm beginnt, er schwebt nach vorne oben Richtung Decke, bis ich für einen Moment auf der rechten Seite eine angenehme Dehnung spüre, von den Fingerspitzen bis zu den Füßen. Der rechte Ellbogen kommt zur Mitte und die linke Handfläche kommt entgegen, um den rechten Ellbogen zu unterstützen. In dieser gesammelten Haltung mache ich mit dem gesamten Oberkörper eine große Verbeugung. Am Ende der Verbeugung lasse ich alles hängen, Kopf, Schultern, Arme und richte mich ohne Unterbrechung durch den Rücken langsam wieder auf, bis ich für einen Moment aufrecht stehe. Der linke Arm setzt die Bewegung fort, er schwebt nach vorne oben Richtung Decke, bis ich auf der linken Seite die angenehme Dehnung spüre. Der linke Ellbogen kommt zur Mitte und die rechte Handfläche unterstützt jetzt den linken Ellbogen. In dieser Haltung mache ich eine große Verbeugung mit dem gesamten Oberkörper und lasse am Ende der Verbeugung alles hängen, Kopf, Schultern, Arme und richte mich Wirbel für Wirbel wieder auf. Beide Arme setzen die Bewegung fort, sie bewegen sich nach vorne, oben Richtung Decke. Erst legt sich die linke Hand auf den Kopf, dann die rechte auf die linke. Beide Hände streichen zusammen über den Hinterkopf bis in den Nacken. Dort lösen sich die Hände voneinander, die Handballen streichen über den Kiefer, bis sich die Fingerspitzen unter der Kinnspitze treffen. Ganz sachte streiche ich über den Kehlkopf. Beide Hände legen sich wieder übereinander, über das Brustbein, den Bauch bis zum Bauchnabel. Von dort lösen sich wieder die Hände voneinander. Streiche über die Flanken bis hinten, neben die Wirbelsäule, auf die Nieren. Ich beuge den Kopf etwas nach vorne dabei. Von den Nieren streichen die Hände langsam über das Gesäß, die Oberschenkel, die Kniekehlen, ich gehe etwas in die Hocke, über die Waden, bis sich meine Hände auf die Füße legen. Und sie streichen weiter über die Innenseite, bis sich vor meiner Mitte die Handrücken treffen. Ich folge an der imaginären Mittellinie, bis sich meine Hände voneinander lösen und beide Arme in Ruhe zu den Seiten zurückgleiten. Am Ende registriere ich die Wirkung der Übung. Am Ende. Am Ende.